Deutschland hat bei der enttäuschenden 2 zu 1 Niederlage gegen Japan, zu dem Spiel habe ich auch schon eine gesonderte Taktikanalyse hochgeladen, ein wirklich umstrittenes Gegentor erhalten, nämlich das zum 2 zu 1 Endstand. Dabei steht jetzt vor allem Nico Schlotterbeck in der Kritik, ist das Ganze gerechtfertigt oder haben noch andere daran eine Schuld? Ich werde das Ganze heute mal in die einzelnen Szenen unterteilen und näher unter die Lupe nehmen. Zunächst mal hat auch Flick nach dem Spiel gesagt, dass man im Kollektiv zu weit vorgeschoben hat, im Kontext des Spielstands von 1 zu 1 und der Kontergefahr, die Japan halt eben über das Spiel hinweg ausgestrahlt hat und eben auch der Konteranfälligkeit der deutschen Abwehr, die sich in dieser Szene auch wieder einmal zeigt. Fangen wir an und der erste Fehler liegt bei David Raum. Hier sehen wir die Ausgangssituation, 4 Japaner in vorderster Front, der Ballferne ganz rechts wird außer Acht gelassen, die restlichen 3 werden jeweils von Raum links, Rüdiger zentral und Süle gedeckt. Schlotterbeck ist dabei der freie Mann, der bei einem langen Ball halt eben die Absicherung darstellt. Allerdings schiebt dann eben Raum im Moment der Ausführung völlig grundlos nach vorne auf den Spieler, der ohnehin schon zugestellt ist und somit orientiert sich Schlotterbeck dann zu dem zuvor von Raum gedeckten Spieler und Asano startet hinter dessen Rücken in die Tiefe, ohne dass Nico Schlotterbeck es bemerkt. Somit hat man nun also unnötigerweise eine 3 gegen 3 Situation, was halt wirklich sehr riskant ist. Kommen wir zum nächsten Fehler. Asano war ja wie wir es vorhin gesehen haben Rüdigers Mann, aber es scheint als würden er und Schlotterbeck sich dann eben für eine Abseitsfalle entscheiden und verfolgen Asano daher halt zunächst nicht, bis der Ball gespielt wurde. Allerdings lässt sich dann halt eben Süle während der Ausführung bewusst nach hinten fallen und setzt sich somit vom Rest der Abwehr ab und hebt halt somit eben auch das Abseits auf. Hier ist die Schuldverteilung dann eher schwer aufzuteilen. Rüdiger müsste die Abseitsfalle einerseits als Abwehrchef und zentraler Spieler irgendwie kommunizieren, andererseits sollte Süle als hinterster Spieler darauf reagieren, was die anderen machen. Doch es läuft natürlich auch sehr schnell ab, aufgrund des plötzlichen Aufrücken von Raum auf der linken Seite. Zudem kenne ich die taktische Vorgabe vom Trainer für solche Situationen nicht. Man kann jedoch festhalten, dass die Abwehr bis hierhin schon im Kollektiv versagt hat und es Japan somit erlaubt hat, mit einem schnellen Spieler hinter der Abwehrkette auf das Tor zuzulaufen. Schlotterbeck ist dann der, der es als äußerer Innenverteidiger mit Asano aufnimmt. Problem ist, dass der Ball für Asano halt perfekt in dessen Lauf in Torrichtung kommt und er ihn halt auch perfekt mitnimmt. Somit muss Schlotterbeck halt erstmal noch die Seite wechseln, von der er Asano angeht, denn läuft er von rechts herum an ihn, wäre dies zwar schneller, also er wäre dann schneller an ihm dran, allerdings kann er ihn dann kaum mit einem fairen Tackling stoppen. Schlotterbeck muss also von links her an ihn heran, da er so eine Fläche hat, den Ball zu attackieren und weil er Asano bei rechtzeitigem Erreichen nach außen vom Tor wegdrängen kann und somit den Winkel zum Tor spitzer macht und auch den Abschluss dementsprechend erschwert. Schlotterbeck macht dies also, aber erreicht Asano halt erst im Strafraum. Somit wäre ein Foul von jetzt an nicht in Betracht zu ziehen. Wenn wir es jetzt nur von hier aus betrachten, also von der Stelle, wo Schlotterbeck Asano im Strafraum erreicht hat, so macht er eigentlich alles richtig. Er ist an Asano dran, macht ihm Druck und drängt ihn nach außen vom Tor weg, um den Winkel zum Tor halt eben spitzer zu machen und die Wahrscheinlichkeit, dass Neuer einen möglichen Abschluss hält, zu maximieren. Schlotterbeck verlässt sich also zum einen auf Neuer, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, aber auch auf Rüdiger, der, wie wir hier sehen, auf gleicher Höhe mit Schlotterbeck und weniger Laufdistanz zum Tor startet, aber im Laufe der Szene den Gegenspieler von Süle übernimmt und das Tempo mit diesem dann rausnimmt. Ideal wäre aber gewesen, dass Schlotterbeck Asano stört und das Tempo so gut wie möglich aus der Situation rausnimmt, um Rüdiger dann eben die Zeit zu verschaffen, dass er auch noch eingreifen kann. Also auch das war wieder nicht optimal gelöst von der Verteidigung. Nun kommen wir also noch zur letzten Fehlerquelle, nämlich Manuel Neuer. Er macht es eigentlich gut vom Positionsspiel, wie wir hier sehen, er steht richtig, macht dann aber das, was eigentlich jedem Torwart gesagt wird, dass er es nicht machen soll. Er dreht sich einfach grundlos weg. Richtig wäre gewesen, sich mit einem festen Stand so hinzustellen, dass er eine möglichst große Oberfläche mit seinem Körper darstellt und den Großteil des Tors abdeckt. Er dreht sich aber weg, was einem so erfahrenen Torwart eigentlich nicht passieren darf. Wir sehen auch, der Schuss wäre gegen seine Brust bzw. eventuell sogar seinen Kopf gegangen, hätte er sich nicht weggedreht. Und ich finde, sowas muss man dann auch mal in Kauf nehmen für seine Nation, gerade bei dem Spielstand. Letztendlich habe ich die Situation jetzt in den einzelnen Aspekten aufgezeigt und jeder kann sich selbst seine eigene Meinung bilden, wer wie viel Schuld an dem Tor hatte. Ich persönlich finde, dass das Ausmaß der Kritik an Schlotterbeck nicht unbedingt gerechtfertigt ist, wenn man es an dieser Situation festmacht. Auch ich bin kein großer Fan von ihm aktuell, obwohl ich Freiburg-Fan bin, verstehe auch die Kritik an ihm, aber man sollte sie jetzt nicht an der Situation festmachen, da er, wie ich finde, die wenigste Schuld am Tor hat von den fünf Beteiligten. Er hätte es nur insofern besser lösen können, dass er eventuell Asano direkt von hinten anläuft und das taktische Foul noch vor dem Strafraum zieht. Im Endeffekt war halt David Raum der Auslöser für das Gegentor bzw. je nachdem, wie man es sieht, die hohe letzte Linie der kompletten Defensive. Danach haben sich dann halt einige kleine individuelle und Abstimmungsfehler eingeschlichen und somit halt eben die Niederlage besiegelt. Das also soweit meine Analyse zu dem ärgerlichen Gegentor gegen Japan. Jetzt würde ich sagen, Kopf hoch und in Richtung Spanien schauen, gucken, dass wir solche Fehler vermeiden. Wenn euch mein Video dazu gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.